Wer ist das? Wer könnte das sein? Grüß Gott, ich bin Hans, der Schornsteinfelger. Ich habe mich angekündigt. Wie jedes Jahr ruft die Heizungswartung. Wo ist sie denn? Stillebosser sind tief, das wird schon noch. Wo ist es, Warnchen? Hey, Mibberbohner, da ist ein random Typ in unserem Bett. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er war einfach in. Was mag ich hier? Der Werte Herr, Ihr Offenüberbogen muss ausgetauscht werden. Das stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Orstenberg sich Versicherung geklappt. Bis zum nächsten Jahr. What was that?